Hallo Leute und herzlich Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute einen neuen 3-Ball-Trick. Und wie heißt der ganze Trick? Also der ganze Trick nennt sich in der Fachsprache 4-4-1. Wie sieht der ganze Trick aus, wenn man kann? Also wenn man kann, sieht der ganze Trick so aus. Und was müsst ihr jetzt dazu können? Ich würde euch empfehlen, mit 3 Wellen jumpieren zu können natürlich. Wenn ihr das noch nicht könnt, werdet ihr euch das Video hier oben verlinken. Und dann ist die Folge dazu einfach mal. Zwei Wellen in die eine Hand, ein Ball in die andere Hand zu nehmen. Ich würde euch raten mit der Stärke Hand anzufangen, also zwei Wellen zu nehmen in die Stärke Hand. Und dann werfst du einfach mal den ersten Ball aus der Hand hoch. Und dann den anderen aus der anderen. Also einfach mal das ist 2. So ist folgend. Und die wirft man einfach gerade hoch. Und dann ist folgendermaßen weiter. Ihr werft den ersten hoch, dann den zweiten und gebt dann den anderen Ball, den ihr noch in der rechten Hand bei mir jetzt im Einfall, den ihr da dann noch drin habt, gebt ihr dann rüber. Das heißt hochwaffen, hochwaffen, rübergeben. Und das ist dann die zweite Vorübung. Das heißt hochwaffen, hochwaffen, rübergeben und wieder auffangen. Dann mit der anderen Hand hochwaffen, hochwaffen, rübergeben. Und dann könnt ihr es immer schneller hintereinander machen. Und wenn ihr es gut könnt, könnt ihr einfach den Trick machen. Das heißt ohne Pause. Also hoch, hoch, rüber, hoch, rüber, hoch, rüber, hoch, rüber, hoch, rüber, hoch, rüber und so weiter. Ich werde das Ganze jetzt noch eine Zeitlipfe anlernen. Und wenn ihr das Ganze noch nicht verstanden habt oder noch Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video eine positive Bewertung gebt. Und dann sehen wir uns am Samstag um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.